Ein Blinddarmentzündung ist eine Entzündung des Wormfortsatzes. Das ist eine chirurgische Krankheit. Durch die Entzündung entstehen Beschwerden im rechten Unterbauch, Schmerzen, Fieber, Übelkeit, manchmal auch Erbrechen. Die Blutwerte zeigen einen erhöhten Entzündungswert. Die Operation ist die Therapie der Wahl, wird auch meistens laparoskopisch geführt. Das heißt, mit der Bauchspiegelung wird der Blinddarm mit einem Klammernahtgerät entfernt und dann ist das behandelt. Es ist wichtig, die Blinddarmentzündung zu behandeln, weil sonst kann der Blinddarm, kann eine Perfuration entstehen, dass der Blinddarm im Bauch platzt und macht eine Bauchfellentzündung und das ist ein chirurgischer Notfall.